Hallo und jetzt willkommen zu einer neuen Folge Tropico 4. Wir sind immer noch hier in unserer ersten Mission, die wir hoffentlich vielleicht auch mal bald abschließen. Ich weiß gar nicht, wie weit die geht. Auf jeden Fall Happy Tropico Day an diesem Tag nochmal. Und frohe Weihnachten wünsche ich euch auch, weil ihr diese Folge seht, sollte nämlich der 24.12. sein. Präsident, anscheinend hat unser gerissener Wirtschaftsminister die monatliche Zeitschrift Diktator Aktuell gesammelt und somit viele Gutscheine angehäuft. Mit ihrer Hilfe können wir eine neue Fabrik zu einem 95% reduzierten Preis kaufen. Mit der Steuersignal erhalten wir sie quasi umsonst. Worauf warten wir also noch? Ein kostenloses Sägewerk, das finde ich schön. Machen wir. Infrastruktur. Ne, nicht Infrastruktur, sondern Industrie. Sägewerk, Sägewerk, Sägewerk. Ja, hier, ne? Glaube ich. Können auch mal nochmal. Ja, das wär's mal. So, und wir müssen dringend mehr Unterhaltung schaffen. Und deshalb bauen wir ein Museum für... Nein. Das sind für Touristen. Auch noch hier mal so eine Bar hin an die Farm. Und... Auch nochmal ein Restaurant hier so vor. Ich hoffe, dass dann bald mal langsam hier die Wohnhäuser fertig werden. So. Wahrscheinlich müssen wir auch nochmal eine... Wie sieht's jetzt bei uns? Umweltschützer. Starke Schützer, ungenügend Müllentsorgungsanlagen. Einige Bürger protestieren friedlich gegen die Regierung. Was? Gegen uns? Nur diese Umweltschützers, oder wat? Okay, wir könnten auch mal eine Kathedrale bauen. Dann bücken uns die wenigstens. Also wir brauchen ja auch nochmal eine Oberschule, fällt mir gerade auf. Beziehungsweise eine Hochschule. Können wir noch hinter diesen Stein bauen. So, in der Grundschule sind hoffentlich Kinder, die dann den nächsten später... Die tropikalische Offiziersvereinigung hat wegen der Soldaten ein Dankschreiben an sie gerichtet, Sir. Ist doch schon mal schön. Bauen sie eine Windturbine. So, Zoller werden auch fertig. Können vielleicht auch mal ein paar richtige Unterkünfte bauen. Ja! Apartments. Zwei Apartments. Ja, Kathedrale kommt. Kathedrale kommt. Aber erst brauchen wir die Hochschule. Fünf neue Einwohner für Tropico. Das ist doch schön. Und schon mal einen Hochschulabgänger für diese Kosten. Wir haben jetzt auch ganz schön viel Geld. Töten sie einen Ausländer. Die ausländischen Hunde behaupten, sie sei es und die Wirr. Excellencia. Ich muss ja Minenarbeiter und Ausländer. Dich müssen wir töten. Ja. Du hast zwei Säuglinge. Die Anzahl der Rebellen auf Tropico steigt ständig. Wir sollten ja... Tropicos Bilanz ist im Grunde. Ja, können wir mal machen, oder? Scheinbar platzen unsere Tresore aus allen Nägeln. Das Geld hat scheinbar eine prima Zeit in unserer Staatskasse. Es vermärzt sich weg. Oh, wir kaufen noch viele Hochschulabgänge. Und wir sollten uns auch noch mal hier so ein bisschen um Wachposten kümmern. Boah, ich koste jetzt auch schon viel Geld. Sieben neue ausländische Experten. Das ist schon mal schön. Da kommen die ersten Studenten auch. Das ist gut. So, Strom. Oh, wenn wir nicht Papaya exportieren. Hey, Kumpel. Ich habe wieder das Gesindel aus der Heimat im Nacken. Oh nein. Sie wissen ja, wie das ist. Ja, ja. Sie wollen, dass ich die Wirtschaft einer aufstehenden Nation ankurbel. Ja, könnten sie einige Papayas für uns exportieren. Jetzt würden sie 500 Papayas. Sie hatten 5000. Das kriegen wir hin. Müssen wir nun mal eben noch ein paar Farben bauen. Aber Farben kann man nie zu wenig haben. Papaya. Da. Papaya. Können auch noch mal irgendwas anderes bauen. Bananen zum Beispiel. So, falls da noch mal ein Auftrag reinkam. Können wir auch noch mal so eine Salzmine bauen eigentlich. Braucht man da irgendwas für? Bestimmt, oder? Wenn ich die jetzt random hier hinbaue, haben wir doch bestimmt kein Salz dafür. Da ist Salz. Das geht jetzt wieder Musik ab. Dieses Lied haben wir irgendwie noch gar nicht gehabt, oder? Das macht ja wahnsinnig dieses Lied. Kann ich das vorspulen? Nein, kann ich nicht, weil immer mein Media Player hier abstürzt, wenn ich das Spiel starte. Na ja. So, hören wir mal ein bisschen ausgefallenere Musik. Brauchen wir eine goldene Statue. Kriegen wir hin. Wie denn? Wahrzeichen. Goldene Statue. Für 60.000. Das machen wir. War das eigentlich? Hey, normaler verkündlicher 14-Stunden-Tag. Das ist doch richtig. Wir müssen vielleicht auch mal nochmal ein neues Baubüro machen, weil so wie ich das sehe, haben wir hier ganz schon viele Baustellen aktuell. Vielleicht auch nochmal ein Vorbüro, oder? Wir machen ein Vorbüro, ist immer toll. So. Wo wollte ich das doch sehen? Wann macht die Exkursionen? Das ist ein völliger Besuch. Ein stabiler Wettbewerb. Machen wir mal einen gut stabiler Wettbewerb. Wir brauchen eher mehr Leute, die in die Oberschule und vielleicht dann auch in Richtung, in die Hochschule gehen. Okay, wir müssen jetzt mal langsam so eine Kathedrale bauen. Ähm... So, ich mach das nochmal. Das ist ja echt noch ein Klon von ihm. Oh, 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 das machen wir. Aber, das darf man aber nicht wissen, deshalb bauen wir das hier direkt neben uns gehen. Doch, darf man wissen. Hau mal hier hin. Und, ähm... Haben wir eigentlich inzwischen Unterhaltung? Ne, auch noch nicht so richtig, ne? Da brauchen wir Elektrizität. Das kriegen wir nicht. Das ist ja, Elektrizität. Was ist das denn? So... So... Eine Bar. Apropos Bar. Da müssen wir oben noch eine hinbauen. Und wir werden auch hier mal eben so ein paar Landhäuser bauen. Damit da vielleicht auch mal ein bisschen was mehr geht. So... Was dauert denn trotzdem der Bau hier immer so lange von allem? Exportieren Sie Waffen? Ja, mach ich. Präsidenten, mögen Ihre Kamele gesund und Ihre Zukunft kinderreich sein. Ich möchte handeln. Man sagt ja, dass das Schiff... Äh, das haben wir schon mal gelesen. Machen wir auch. Wir exportieren immer Waffen. Sehr gerne sogar. So... Gut. Auch hier nochmal so ein Landhaus bauen. Gut. Haben wir noch viele Baustellen? Immer noch, ne? Doch nochmal ein Baubüro. Schnell bauen. Überhaupt genug Leute immer dafür? Ja, schon, ne? Prinzipiell schon. Und da ist schon wieder Tropico Day. Ist das nicht schön? 17.000. Über 170.000 haben wir sogar noch. Anlässlich der Eröffnung der Akademie der Wissenschaft wurde ein Betrug aufgedeckt. Es stellte sich heraus, dass tropikanische Wissenschaftler 20 Jahre lang immer wieder das gleiche Dokument ausgedruckt haben. Fräulein Ananas. Ihr Kommentar? Das ist kein Dokument. Das ist einer meiner Viertklässleraufsätze. Was ist denn jetzt? Bälle ausradieren. Nee. So, was können wir machen? Baugenehmigung. Erhöht die Baukosten und bringt das auf das Schweizer Konto. Das wollte ich doch schon mal haben. Anti-Müll-Verordnung. Können wir auch machen. Prohibition. Nein. Verhütungsverbot. Nein. Wir brauchen mehr Leute. Auf gar keinen Fall. So, auf nach Florida. Ich werde alle Gefangenen. Nee. So, Unterhaltung ist schon mal gestiegen. Das gefällt mir doch. Aber das reicht immer noch nicht aus. Unterhaltung. Kann nie zu wenig Präsidentenmuseum haben. Wir sehen. Ein Zoo. Ja, ein Zoo ist immer toll. Ähm. Ähm. Wo kann denn der hin? Wo kann denn der hin? Da. Da war doch gerade. Aber hier ist ja irgendwie überhaupt nichts, was dann den Leuten gefallen würde. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, diese eine Farm muss hier langsam mal weg. So. Irgendein, ein Kopier. Ja. 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 Mehr können wir da nicht machen. So Haben wir noch irgendwo Hütten? Seht ihr noch irgendwo Hütten? Hier sind noch Hütten Dann bauen wir euch nochmal ein Apartment hier hin Aha Eine Statue von uns Da So So Jetzt brauchen wir eine Kathedrale Wirtschaft und Wohlstand wahrscheinlich Das finde ich auch nicht schlecht Das sollte man vielleicht auch mal machen Kathedrale Außenministerium ist auch nicht schlecht Wir können jetzt ja eigentlich fast mal alles bauen Würde ich mal sagen Aber wir haben so viel Geld Strom finde ich jetzt nicht so geil Muss ich ganz ehrlich sagen Radarschüssel finde ich auch geil Das kostet bestimmt viel Aber die bringen uns halt auch immer was auf unser Schweizer Konto Da Das ist immer schön Das Schweizer Konto darf gefüllt werden Da müssen wir einen Fisch exportieren Ah Machen wir Aber dann müssen wir nochmal hier eine Fabrik bauen Konservenfabrik So Kommt nochmal ein Schiff Können wir nochmal ein Packhaus Ausproduktion um 25% gesteigert Finde ich gut Finde ich gut So Ganz viele Leute gehen zur Schule Finde ich auch gut Zur Uni geht keiner Finde ich auch gut Klonvorgang dauert noch ganz schön lange So Da kommt die Kathedrale Direkt Neben der Müllverbrennung Finde ich gut Was ist eigentlich hier Die Mülldeponie ist immer noch nicht fertig Okay Wir müssen noch ein bisschen was hier Präsident Neulich wurde unser Wirtschaftsminister Nein Nur in Unterwäsche gesehen Was soll das denn Um seine Schuld zu bezahlen Hat der Minister seine Loyalität An ein großes ausländisches Unternehmen verkauft Er soll gerade einen zwielichtenden Handelsvertrag Der negativen Beauswirkungen Auf unsere Wirtschaft hat unterschreiben Handelspreise Nein Feuert diesen Incompeton Trottel Einer unserer Minister wurde kürzlich Aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers abgelöst Sie ehren sich meine Liebe Dieser Mann war nicht Minister Und wurde auch nicht gefeuert Schon gar nicht wegen eines Fehlers Es ist nichts geschehen Nichts ist geschehen Nicht vergessen Hier haben sie es zuerst gehört Oh nein Brauchen wir eine Rehle? Ne Die Tropikaner erwarten Wahlen für das nächste Jahr Sie wollen ihnen Respekt Und ewige Treue erweisen Sie mögen es anders formuliert haben Aber was spielt das schon für eine Rolle? Da unsere Wahlen von der internationalen Gemeinschaft Genau geortet werden Können sie nicht schummeln Sie haben nur eine Nur die Wahl Ob sie eine Rede halten oder nicht Eigentlich brauchen wir das nicht Äh Deshalb machen wir das noch nicht Mein lieber Präsident Ah Präsident Ihr Gegner Bei den kommenden Wahlen Hat beträchtliche Fortschritte Bei den Umfragewerten gemacht Es sieht nicht so gut aus für sie Na ja Wissen Sie, wer die Wahlen wirklich gewonnen hat? Die Menschen sind der Schlüssel Aber das ist Das Geld ist entscheidend Ich spende einen kleinen Betrag für ihre Kampagne 100.000 Dollar sollten gelügen Sie sollten eine Steuersinkel veranlassen Und eine neue Sozialversicherung ins Leben Um ihr ansehen, weil die Menschen zu gewinnen Aus der Bestechung politischer Einführung haben wir zu gewinnen Ja, das machen wir Vielen Dank für euer Geld Das wird der Staat sicherlich gut Äh Ne So Präsident Sie müssen die Wahlen gewinnen Alles klar Das kriegen wir hin So Vielleicht hätte ich doch dann mal Äh Oh Ähm Das kriegen wir schon hin Äh Wir brauchen eine Bank oder Nationalbank Damit wir die bestechen können Das machen wir natürlich sofort Ähm Wo ist das denn überhaupt? Industrie? Ne Eine Bank So Erlass So Was brauchen wir denn? Warum werden wir nicht gewählt? Mein lieber Präsident Der Äh Religiöse Geringe religiöse Zufriedenheit Umweltschützer Loyalisten Muss eigentlich alle ein bisschen anheben Kriegen Sicherheit Okay Was kriegen wir denn? Was uns allgemein verbessert? Erlasse Allgemein Kostenlos wohnen Was willst du? Ich bin mit Regieren beschäftigt Und der Fortschritt unter Steuersenken Freie Unterkünfte Und das Feuer Morgen Alles frei Unser Weg ist klar Unsere Ziele rein Arbeiter Umweltschützer 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 Umweltstandards Ja Alles Alles erlassen Ne Das vielleicht auch nicht gerade Alle dummen Leute werden sie mich respektieren Naja Politische Bildung Ja Die stimmen direkt für mich Sinkt das Risiko von Vergessenabstand Putsch oder so Ja die Aktivität Wird wählen Ich kann ja gehen doppelt so oft zur Kirche Sprich schneller Ja 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 Ordentlich Vorsprung Nein Wo denn? Fällen? Gott sprach letzte Nacht zu mir Er hat eine Mission für dich Ja Nee Können wir gerade leider nicht Ich hält immer noch nicht diese Dinger fertig sind Dass wir immer noch keine Papayas haben Jetzt haben wir eine Radarschüsse übrigens Den Äther reinigen Den Äther reinigen Und außerdem wird dabei sich Predien suchen Erhöht das Ansehen bei Intellektuellen Machen wir das doch mal So Ähm Gegen Sicherheit Ungenügend Unterkunft Echt? Immer noch? Baugenehmigungen Baugenehmigungen Ja Tropico wird Richtlinien zur Luftverschmutzung herausgeben Penultimum Erzählen Sie uns davon Der neue Standard legt fest Okay Durchschnittslohn Können wir den nicht vielleicht mal erhöhen? Dies wäre ein großer Erfolg Das werde ich mir anders wohl stellen Ähm Können wir den Lohn erhöhen? Wirtschaft Nee Löhne erhöhen Lieden So Mein Freund Ich weiß Ich habe Ihnen mein zweitbestes Kamel versprochen Aber es ist ums Leben gekommen Sie bekommen etwas anderes Naja gut 30.000 Dollar kann ich auch mit leben So Wir erhöhen mal eben alle die Löhne So Das freut euch die Leute hier Und jetzt? Nee Dürfen wir noch nicht Muss noch mehr Waffen exportieren Das mit diesen Papayas ist halt echt blöd Weil wir halt nie diese Dinger gebaut haben So So Irgendeine Last gab es noch Den man hier noch machen konnte Den ich am Anfang machen wollte Wofür ich diese Bank gemacht habe Genau Bestechung Ja 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 Wir brauchen mehr Leute So So Mehr Leute wollen auch hier drauf Bombendrohung Zerknüllte Nachrichten Schlechtem Englisch Präsident Wir setzen euch auf die Bombe All your buildings are belong to us What you say Subversive Elemente haben eine Bombe depiliert Und zwar hier Konservenfabrik Bombenkommando schafft es nicht rechtzeitig Und wir sind die einzigen Die mit einer solchen Bedrohung fertig werden Ich habe noch nie eine Bombe entschärft Ist das nicht gefährlich? Eigentlich nicht Sie schneiden alle Kabel durch Und nehmen die Beine in die Hand So Ein großes Sieg für unsere tapferen Soldatenkommandante Wenn es Überlebende gibt Werden sie sich in den Dschungel verkriechen Das ist schön Ich habe überhaupt nicht gemerkt Dass die angegriffen haben Wenn ich ehrlich bin Wir haben ein Problem mit dem Gehorsam Ja Wir haben generell zu wenig Hochschulleute Das ist unschön Aber es kommen jetzt auch tatsächlich keine Viele Also nicht mehr viele hier rein Löderweise So, wann sind denn eigentlich endlich mal die Wahlen? Schlechtes Gesundheitswesen Wirtschaft und Wohlstand Das können wir auch mal bauen So, haben wir dann immer noch Hütten Da So, wir haben ja kostenloses Wohnen Das heißt eigentlich Müssten die nicht in Hütten wohnen Egal wie viel Geld sie haben Mein lieber Präsident Der Tag der Wahl rückt näher Unsere fleißigen Bürokraten haben errechnet Dass sie ungefähr 92% der Stimmen mehr halten Äh Einige Berater gehen davon auf Dass man das Ergebnis mit einer bestimmten Zählmethode Und positiven oder negativen Anreizen noch erhöhen könnte Die Interaktion werden es vermutlich Wahlbetrug nennen Und sie können damit einige Triplikaner verärgern Ganz gleich ob diese Methoden das Ergebnis beeinflusst oder nicht Betrug ist nicht erforderlich So Das sollte reichen Präsidentisch findet der karibischen Zufall im 2 kann wählen Glückwunsch, Präsident Sie haben die Wahl gewonnen Die Leute sind froh, dass es nicht zu Tumulten kam Sie vertrauen Ihnen und unserer jungen Demokratie Dieses Wahlergebnis wird uns helfen Santa Clara nach vorne zu bringen Tropico wird wieder groß werden Ich werde es schaffen Und das vielleicht dann schon in der nächsten Mission Ich denke damit sollten wir jetzt diese Mission geschafft haben 269 zu 18 Stimmen Ja Wagen gewinnen haben wir erreicht Wollen wir keine Fischkonsumme verpeichert haben So sieht es aus Ja Ja Besseres Tropico zu erschaffen Mit genügend Nahrung und Unterkünften für alle Mit Straßen, Fabriken und Wolkenkratzern Es wird weder Krieg noch Verbrechen geben So sieht es aus Tropico wird eine große Nation sein Die den Neid der westlichen Imperialisten auf sich zieht Ich habe einen Traum Ich habe einen Traum Und eines Tages wird er wahr Das glaube ich auch Und damit haben wir die erste Mission geschafft Das ist doch schön Nein lalalalalalalala Das dürft ihr noch nicht hören So weit sind wir noch nicht Alles meins wird die nächste Mission sein Alles dreht sich ums Geld Aber ich würde sagen an dieser Stelle War es das für die heutige Folge Ich hoffe euch hat es gefallen Wünscht euch beim nächsten Mal wieder vorbei Hier oben rechts könnt ihr euch zur Folge klicken Und oben rechts der Eisblick von mir Dann wünsche ich euch noch einen schönen Heiligabend Äh Oder wenn ihr diese Folge auch immer guckt Vielleicht auch frohe Ostern wenn ihr die später guckt Äh Ich hoffe euch hat es gefallen Ihr seid beim nächsten Mal wieder vorbei Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken Und unten rechts der Eisblick von mir Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag Macht's gut Tschüss! Das habe ich jetzt glaube ich zweimal gesagt Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder Bis zum nächsten Mal wieder